Herzlich willkommen zum Quick-Tipp für diese Woche. Heute dreht sich alles um Logix Flex-Pitch-Funktion, sozusagen Logix internes Autotune. Was Flex-Pitch kann und vor allem auch was es nicht kann, erkläre ich dir gleich in diesem Tutorial. Wir hören erst mal rein. Okay, wir haben hier unsere Gesangsspur und um Flex-Pitch zu öffnen, klickst du hier einfach doppelt. Dann erscheint zunächst dieser Editor hier und jetzt hast du hier die Möglichkeit, zunächst mal auch die Datei zu bearbeiten. Das möchte ich dir nur ganz kurz erklären, denn diese Bearbeitung hier, da musst du vorsichtig sein. Du hast hier verschiedene Funktionen, Fade-In, Fade-Out, Invertieren, Rückwärts und so weiter. Diese Funktionen sind destruktiv, das heißt, du kannst sie danach nicht mehr rückgängig machen. Deswegen lasse ich immer von dieser Datei-Funktion, vom Datei-Editor hier die Finger weg. Das heißt, du musst also unbedingt hier den Spur-Editor oder darauf achten, dass du im Spur-Editor hier bist. Was du dann machst, um in Flex-Pitch reinzukommen, ist zunächst mal das altbekannte Flex-Time-Symbol hier oben anzuklicken. Das machen wir jetzt und möchtest du Flex für Spur-Vox-Lead aktivieren? Ja, das möchten wir. Was du jetzt hier siehst, ist nichts Besonderes. Das kennst du schon aus dem Flex-Time-Modus, beziehungsweise das ist der Flex-Time-Modus. Du siehst also hier die Transienten und wenn ich jetzt wollte, könnte ich hier jetzt einzelne Events verschieben, stauchen oder stretchen hier in Logic, so wie ich das in den vorherigen Tutorials schon gezeigt habe. Wir möchten jetzt aber uns um die Funktion Flex-Pitch kümmern. Und dazu gehst du hier oben in diesen Slider hier, in dieses Pop-Up-Window hier und gehst auf Flex-Pitch. Was jetzt passiert ist, dass er nach einer kurzen Auslesungs- beziehungsweise Bearbeitungszeit zeigt er hier diese Gesangsspur, diese Noten, diese Gesangsspur zeigt er jetzt hier in einer Art Piano-Roll-Editor, wie du es im Piano-Roll schon kennst. Allerdings siehst du hier noch im Hintergrund, ich kann das hier auch hochziehen, siehst du die Audio-Spur, also die Audio-Waves und du siehst hier so lustige Linien drin, das ist das Vibrato zum Beispiel oder die Drift-Ansing-Geräusche, ich nenne es mal Ansing-Geräusche, wenn er einzelne Noten ansingt und die können wir jetzt manipulieren. Ich kann also hier ganz normal eine Note schnappen jetzt und dann wird die auch ungefähr so wie bei Melodyne auch direkt gleich abgespielt. Und diese Note kann ich jetzt hoch und runterziehen, wir machen vielleicht mal den Hall aus, das nervt ein bisschen, die kann ich jetzt hoch und runterziehen, so wie in Melodyne zum Beispiel auch. Okay, das wäre unsere Note und die kann ich hier beliebig manipulieren. Was jetzt hier spannend ist bei Flex-Time ist, dass du hier sechs verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hast und die gehen wir mal nacheinander durch. Wir fangen mal hier einfach links oben an und das ist Pitch-Drift. Pitch-Drift ist, ich zeige es dir mal hier, wenn ich das hier nach unten ziehe, kann ich hier sozusagen das Ansing-Verhalten des Sängers bestimmen, also wie er die einzelnen Noten verbindet. Wenn ich dieses Pitch-Drift jetzt hier nach unten ziehe, dann singt er die Note sozusagen von unten so ein bisschen an. So, whoop. Du kannst mal probieren, ob er das hier hört. Okay, man kann das, um es etwas prominenter hier noch darzustellen, mal für mehrere machen. Ich ziehe jetzt hier immer den Pitch-Drift am Anfang nach unten. Jetzt würde er jede Note so von unten ansingen. Dieses Pitch-Drift am Anfang ist dafür da, dass du Noten eventuell besser verbinden kannst, wenn du es musst. Wenn er jetzt hier einen argen Pitch-Drift drin hat, könnte ich die zum Beispiel, das war es für alle, bei einer Note hier so ein bisschen hochziehen zum Beispiel. Das wäre also das erste hier, Pitch-Drift, einmal für den vorderen Teil der Note und einfach einmal für den hinteren Teil der Note. Gehen wir hier in die Mitte und das ist Fine-Pitch. Hier kann ich jetzt Noten fein-tunen, indem ich die Note einfach ein bisschen rumziehe. Du kannst die Note also hier ganz einfach fein-tunen, auch wenn du vielleicht so mal Blue-Notes willst und willst nicht alles ganz klar skaliert oder quantisiert auf eine Skala, dann kannst du hier dieses Fine-Tuning machen. Dann haben wir hier vorne das Gain. Das heißt, du kannst eine Note einfach lauter oder leiser machen. Und wenn ich das jetzt hier mal mache, ich ziehe es hier nach oben, dann siehst du auch, dass sich die Wave-Form hier, die Wellen-Form, dass die sich hier verändert. Wir können jetzt zum Beispiel diesen Ton einfach mal ganz leise machen. Jetzt siehst du, wie sich die Wellen-Form hier verändert und wir können das dann auch gleich hören. Jetzt ist sie leise und dementsprechend könnten wir sie natürlich dann auch einfach lauter machen, was wir jetzt nicht machen. Dann geht es hier weiter mit Vibrato. Entschuldigung, du siehst hier ein Vibrato. Das siehst du hier auch dargestellt, visuell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stimme tot machen möchte, weil ich das für so eine Elektropop-Produktion oder sowas brauche, könnte ich zum Beispiel das komplette Vibrato aus der Stimme hier rausziehen oder um zum Beispiel eine Zweitstimme zu generieren. Ich markie jetzt einfach mal alles und dann machen wir dieses Vibrato hier. Während der singt am besten, jetzt mal Solo. Während der singt, ziehe ich das komplette Vibrato hier raus und somit kannst du die Stimme hier komplett stumpf und tot machen, was für bestimmte Zwecke interessant sein kann. Und du siehst jetzt hier, bis auf ganz wenige Stellen, wo das nicht ausrechnen oder auslesen konnte, ist hier praktisch kein Vibrato mehr vorhanden. Die Stimme ist mehr oder weniger wie so ein Klavierton oder sowas oder ein Synthesizer-Ton, der überhaupt keine Schwingung hat. Okay, was können wir aber jetzt noch machen? Jetzt haben wir hier alles besprochen. Ich glaube, der letzte fehlt noch. Genau, das ist der Formen-Shift. Den zeige ich dir gleich noch in einer anderen Funktion, der wichtig ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was man so insgesamt global noch machen kann. Wenn du diese Stimme hier jetzt einfach nur stimmen möchtest, dann kannst du das tun, indem du hier auf die Pitch-Korrektur gehst und dann passt er die Stimme genau dem nächsten Ton, also wo dieser Midi-Event ist, passt er dem nächsten Ton am nähesten einfach an und lässt ihn hier hinrutschen. Ich ziehe jetzt mal die Pitch-Korrektur hier nach oben. Schwupps. Und jetzt siehst du, dass er hier genau einrastet auf die Töne, von denen er denkt, dass sie es sein sollen. Und du hörst schon, dass das nicht immer unbedingt hinhaut, insbesondere wenn die Performance von dem Sänger nicht so ganz genau ist, dann kann es sein, wir müssen so ein paar Töne zerschneiden, weil er die einfach hier jetzt als einen Ton wahrnimmt. Und ich glaube, das sind aber zwei, das können wir uns gleich mal angucken. Zeige ich dir jetzt gleich. Was ich vorher noch zeigen möchte, ist die Skalenquantisierung. Das bedeutet, wenn du jetzt weißt, in welcher Tonart er singt und möchtest du sie genau darauf quantisieren, dann kannst du das tun. Ich weiß jetzt zum Beispiel, oder ich glaube, dass es D-Moll war. Und jetzt ist er auf die Dur gegangen. Es singt jetzt die Sache nicht mehr in D-Moll, sondern in die Dur. Wir können auch irgendwas Verrücktes rauswählen, zum Beispiel Klesmer. Also du kannst verschiedene Kirchentonarten hier auswählen. Wir möchten jetzt aber keine Kirchentonart auswählen und wollen das Original. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte die komplette Melodie hier mal transponieren. Und wir machen keine halben Sachen und transponieren das gleich mal eine ganze Oktav nach oben. Der startet hier bei F. Jetzt ziehen wir es hier zwölf Halbtöne nach oben. Mal schauen, wie es sich jetzt anhört. Okay, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Also er macht da einen ganz guten Job, oder Flexpitch macht da einen ganz guten Job. Jetzt kommt allerdings dieses Formanten-Werkzeug hier ins Spiel. Formanten, das sind Obertöne. Und die Stimmen jetzt natürlich nicht mehr. Deswegen kann es jetzt gewollt sein als Effekt, dass die Stimme so klingt. Wir können jetzt aber mit den Formanten versuchen, die Stimme natürlicher zu machen. Wir können versuchen, eine Frauenstimme draus zu machen, indem ich die Formanten einfach hochziehe. Ja, eher in Richtung Frauenstimme, oder wie ihr schon gerade gehört habt, so ein bisschen Mickey-Maus-Stimme. Das können wir auch mit den Formanten hier machen. Ist also alles in allem ein ganz ordentliches Ergebnis. Was du jetzt noch machen kannst, ist, wenn du merkst, dass diese Stimme hier nicht so ganz richtig ist. Das wollte ich noch zeigen. Das ist, wenn du merkst, dass hier zum Beispiel ein Midi-Event als einen Ton ausgelesen hat. Das sind aber eigentlich zwei Töne. Wenn wir mal reinhören. Das singt ja hier. Und das sind eindeutig zwei Töne. Und deswegen muss ich das hier schneiden. Ich nehme mir also mein Schneidewerkzeug. Das wird mir hier rechts angelegt. Und jetzt kannst du hier schneiden, dass er das auch richtig erkennt. Wir gehen mal gerade einfach mal weiter. Hier ist auch ein Ton falsch erkannt. Hier zum Beispiel. Na? Flexpitch ist bis hierher recht überzeugend. Und die ganzen Funktionen sind recht gut. Was kann jetzt aber Flexpitch nicht? Was zum Beispiel Flex, weil das Melodyne und Autotune können. Kann man dieses kleine Programm hier, dieses Logic-Interne-Programm wirklich mit diesen großen Autotune-Programmen vergleichen? Nein, das kann man nicht, weil Flexpitch hat natürlich auch seine Limitationen. Und das geht schon los, dass du hier zum Beispiel kein polyphones Material bearbeiten kannst. Du kannst keine Gitarren stimmen, zum Beispiel, wie das in Melodyne möglich ist. Flexpitch eignet sich meines Erachtens sehr gut, um einfach Lead-Vocals oder einzelne Vocal-Stimmen, Mono-Vocal-Stimmen nachzubearbeiten. Ansonsten ist es aber mit wirklich großem Autotune-Programm ist es nicht vergleichbar. Wenn dir das geholfen hat und du möchtest noch weitere Logic-Tutorials sehen, dann schau einfach mal in meine Logic-Playlist rein. Da gibt es über 70 Logic-Tutorials. Es ist bestimmt auch noch was für dich dabei. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, einen netten Kommentar da lässt. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!